Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die hier Ghost Pepper Chicken. Den werden wir uns erstmal vorbereiten. Die schwarze Soße und schwarzen Null. Kommt die Ghost Pepper Soße. Ich mische und das sind die Ghost Pepper Ramen Nudeln. Mit einer Million Skurril. Guten Appetit. Hmm. Schärfen, wie würzig. 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 Und morgens scheint die Sonne. Ja, mein Fazit, die sind schön scharf. Man schmeckt ja eine Milionskirche auf jeden Fall. Entschuldigung. Ja, sehr lecker. Schön scharf. Das waren sie, die Black Noodle Ghost Pepper. Ich hoffe, ich hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Haut rein, Leute. Ciao.